Der Ort der letzten Ruhe soll ein Ort der Begegnung der Lebenden mit Erinnerungen sein. Ein Ruheforst ist ein besonderer Friedhof. Der Besucher spürt sich selbst als Teil der Natur. Die Waldgebiete, in denen sich die Ruheforste in Schleswig-Holstein befinden, wurden mit Bedacht ausgewählt. Den ewigen Kreislauf des Lebens spiegelt der Wald in den Jahreszeiten wieder. Im Ruheforst findet man keine herkömmlichen Grabstätten, sondern Ruhebiotope. Biotope sind Lebensräume. Ein ausgewählter Baum bildet ihr Zentrum. Hier finden die Urnen einer Familie, eines Paares oder auch einer Einzelperson ihren letzten, endgültigen Platz. Bis zu 99 Jahre bleibt dieser unangetastet. Jedes Biotop ist einzigartig und individuell und doch Teil eines großen Ganzen. Teil des Waldes. Inmitten dieses Waldes wachsen und blühen Erinnerungen. Jeder Ruheforstbesuch ist eine Begegnung mit dem Verstorbenen, aber gleichzeitig auch eine Begegnung mit dem Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020